Niklaus Foflu, Europas grosser Friedensstifter. Teil 4 von Gott berufen. Als Niklaus Foflu im besten Alter war, war er ein bekannter Mann und hatte viel erreicht. Er hatte eine schöne Familie und seine Frau, Dorothee Weiss, liebte er mehr als alles andere auf dieser Welt. Er war der Besitzer eines grossen Bauernbetriebs, vom Schöbuacher, von der Melche im Flüeli und von Bergmatt im Melchtal. Er war Ratsmitglied und Richterin Sarnen und seine Stimme hat etwas geholfen im Land. Und trotzdem wird das Leben immer wieder trauriger. Dank seinen Ämtern hat er nicht nur die schönen Reden der Politiker an den Gemeindesversammlungen gehört, sondern er hat auch ihre krummen Geschäfte gesehen, das sie hindurch gemacht haben. Da wurde zum Beispiel ein armes Schuldenbauer vor das Gericht geführt. Man hat ihm vorgeworfen, es habe die Mark von seiner Weide versetzt und so einem reichen Nachbar Land abgewacht. Zu dieser Zeit hatte man meistens noch keine Marksteine. Vielfach haben beide Zäune aus Grenzen geholfen. Und tatsächlich, der Zäune war etwa einen Meter zu weit hin. Das Bauern hat sich verteidigt, es sei nicht mit Absicht passiert. Seine Kinder hatten und ohne dass sie es gemerkt haben, die Fälle zu weit hin geschlagen. Das Bauern hatte niemanden, der ihn verteidigt hat. Und dieser junge Richter hatte kein Mitleid. Er wollte eben den reichen Nachbar beeindrucken, weil er eine schöne Tochter hatte und die wollte er gerne. Darum hat er das Bauern zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Und weil er das nicht bezahlen konnte, konnte er es einsperren. Wie das dem Bauern, seine Frau und seine Kinder alleine zu schlagen, war ihm gleich. Der Klaus hat den Richter schon gekannt. Und jedes Mal, wenn er das Maul aufgetan hat, sah er, wie er die giftige Feuerflammen auszüngeln. Und von dieser Sorten Richter gab es eben mehr als nur einen. Dem Klaus ist es wie länger, wie schwerer geworden ums Herz. Er hat wie mehr Zeit allein im Wald verbracht und seine Not vor Gott ausgebreitet. Aber es gab auch schöne Dinge in seinem Leben. An seiner Familie, an seiner Frau und an seinen Kindern hat er Freude gehabt. Dorothee war mit dem 10. Kind schwanger. Und der Älteste, Hensi, war in die Deusbete von einem Wein verliebt und hat ihn heiratet. Auch an seinen Tieren hat er Freude gehabt. Aber einmal, an einem schönen Herbsttag, kurz nach dem Alpabzug, wo alle Tiere wieder gesund von den Bergen zurück waren, ist etwas Sonderbares passiert. Die Kühe haben friedlich geweiht auf einer Matte. Und der Klaus hat ihnen zugeschaut. Eines von den Rossen ist von den Herztraben. Der Klaus hat ihm ein wenig in den Mähnen gekrault. Und dann ist es wieder abgegaloppiert. Der Klaus ist ein wenig obsegelaufen, bis auf eine Anhöhe. Und dort hat er anfangen zu beten. Plötzlich hat er eine Vision gehabt. Er hat gesehen, wie aus seinem Maul heraus eine Blume wachst. Es war eine Lilie. Die Blume ist irgendwie höher gewachsen, bis ihre Blüte den Himmel berührt hat. Ein wunderbarer Duft hat sich ausgebreitet. Und im Maul hat er eine angenehme Süssung gespürt. Die Vision ist weitergegangen. Sein Lieblingsrost ist der Herztraben. Und in diesem Moment hat sich der Blumenstängel vom Himmel gegen runter gebogen. Bis ein Boden runter. Das Rost ist dahergekommen und hat sie aufgefressen. Der Klaus hat gespürt, dass Gott zu ihm spricht. Es war ihm, als würde Gott ihm sagen, dass er sich nicht an irdische Güter binden soll. Wie zum Beispiel an den Hof oder an seinen Tieren. Jetzt haben für ein Klaus erst recht schwere Zeiten angefangen. Was erwartet Gott von ihm? Könnte sein, dass er alles aufgeben und als Einsiedler leben muss? Er hatte dann noch andere Erscheinungen, die genau diesen Eindruck bestätigt haben. Der Hof zurücklassen? Das wäre ja noch gegangen. Die Tiere zurücklassen? Das wäre auch noch möglich gewesen. Seine Ämter aufgeben? Nicht lieber als das. Von diesem Zeug hätte er ja schon lange genug gehabt. Aber seine Familie? Der Klaus hat gespürt, wie ihm heisse Tränen über die Backen abruggelt. Heisst es nicht in der Bibel? Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Der Klaus hat mit einem Freund darüber geredet, mit dem Pfarrer von Krienz, dem Heini im Grund. Der Pfarrer hat den Klaus gut gekannt. Er hat dem Klaus seine tiefgründigen Gedanken gekannt und gewusst, dass er kein Scharlatan ist. Und darum hat er ihm etwas gesagt, das er vorher noch nie jemandem gesagt hatte. Du hast recht. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Aber Gott selber darf das trennen. Das war zu viel für Dorothee. Der Gedanke an die Trennung von ihrem Mann hat ihr fast das Herz verschrissen. Gott ist doch gut. Wie könnte er so etwas verlangen? So hat sie gedacht. Aber die Wunde war geschlagen. Auf dem Schübel Acker wurde es still. Der Klaus und Dorothee haben Zeit gebraucht, um nachzudenken. Und wenn jede Träne, die Dorothee in diesen Tagen vergossen hat, wäre ein Rosen geworden, dann hat das aus dem ganzen Melchtal einen Rosengarten gegeben. Einmal, als der Klaus auf einer Matte mit der Sagessen im Mai war, ist das Vreneli mit einem Körbchen springen. Schau, Vati. Der Mutti hat Brot und Käse für dich eingepackt. Aber ich muss gleich wieder gehen, bis ich nach dem Backen daheim bin. Der Klaus hat sein Kind angeschaut. Er hat die fröhlichen Augen und die roten Bäckchen gesehen. Und es hat ihm fast das Herz abgedrückt dabei. Am Abend, als er nach dem Werke nach Hause kam, ist auf seinem Bett ein neues Gewand gelegen. Ein Einsiedlergewand. Dorothee hatte es geneigt. Nach langem Ringen war sie bereit, das Opfer zu bringen und ihn loszulassen, damit er ein Leben in der Einsamkeit und im Gebet verbringen kann. Am 16. Oktober 1467 war es so weit. Niklaus Voflu hat seine Familie zurückgelassen und losgezogen. Von dann an war er der Bruder Klaus. Er hat seine Kinder noch einmal in den Arm genommen. Er musste lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott ihnen der bessere Vater sein wird, als dass er das selber jemals wäre. Die älteren Söhne haben es nicht verstanden und rebelliert. Sie hatten Angst, dass ihr Vater sie zum Gespött der Leute macht. So einen angesehenen und reichen Mann. Plötzlich angelegt in so einen peinlichen schwarzen Sack. Und die Nachbarn haben den Kopf geschüttelt. Und sein alter Vater kam dir zu sagen. Das Mannchen, der ihn dann vor vielen Jahren lernte melken, Holz sagen und sagen sie mähen. Und dann ging er. Mit einem schweren Herz. Er wollte den Weg im Abseits nicht, dass man ihn sieht. Man hat ihn ja schliesslich gekannt. Mindestens bis auf Luzern runter. Es gibt ein Gebet von Niklaus von Flühe, das uns überliefert ist. Und ich denke, das hat er in dieser Zeit viel gebetet. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Da Apple ist gew fas enfin zu dir. Untertitelung des ZDF, 2020